So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, eine neue Folge Max Out Monday und es ist passiert wie Tomaten. Ich war doch nur auf der Suche nach dem Shiny Genesekt mit dem Elektromodul, was jetzt in den Raids war. Und hab gesagt, naja, ich mach ein paar Raids, bis ich das Shiny hab, dann bin ich fertig. Was ist passiert im neunten Raid oder so, seit Rückkehr, ich hab ja jeden Tag den freien Pass gemacht, ich hab jeden Tag den freien Pass gemacht, den Daily Pass. In der Raidmania am Mittwoch musste ich natürlich fünf Einladungen annehmen und dann ist es passiert, es kam ein Hunderter. Ich weiß gar nicht, wieso der 9x5 heißt, aber es kam ein Hunderter Genesekt, Meiningen, Thüringen und 1916, ihr seht das Modul, ihr seht die Attacken, der hat hier Tech Blaster. Ich hab damals schon eins bekommen, Zornklinge Kreuzschere, das müsste das Normal-Modul sein. Normal? Sieht so lila aus oder weiß oder grau oder ich hab keine Ahnung, ich bin farbenblind. Das hab ich damals aus der Einladung von Tick, ja von wem überhaupt, es gibt so viele Tick-Member. Das haben wir auf jeden Fall damals bekommen, hab ich gesagt, wow, genial, kann man ja auch nicht tauschen, müsste man selber raiden, dass man das Hunderter kriegt. Hab dann da die XXL-Bonbons voll gemacht, hab das damals gemax, hab das zu Best Buddy gemacht, hab gesagt, ich bin mit Genesekt durch. Wenn jetzt Genesekt kommt, kein Hunderter Hand, gar nichts, wir machen einfach nur, bis wir das Shiny bekommen von der neuen Version. Jetzt kam das Hunderter, alle so gesagt, Ramses, da musst du jetzt aber XL sammeln für das Hunderter, hab ich gesagt, mach ich nicht. Weil, wer weiß, wann das wiederkommt und wenn die anderen Formen kommen und da kriegt der ja dann eh XL immer im Laufe der Zeit, brauchst du jetzt nicht rein cachen. Was ist passiert? Auf der Suche nach dem Shiny musste ich so viele Raids machen, ich hab mir mal einen Mega-Bi-Boy entwickelt, damit ich mehr Bonbons krieg und hab jetzt dann so viel XL zusammen, dass ich dieses auch maxen kann auf Level 50. Das war so nicht beabsichtigt, ist jetzt aber passiert. Habe ich überhaupt schon die Regeln erklärt? Max Out Monday, wir maxen Pokémon auf Level 50, Voraussetzung, ich habe ein 100%iges und genügend XL-Bonbons, um es auf Level 50 zu maxen. Ich bestimme einen Titel Pokémon, was ich mit diesem Genesekt hier mache und werde 5 Vorschläge aus der Community noch annehmen, die ihr unter das letzte Max Out Monday Video geschrieben habt. Ganz wichtig ist, bei dem jetzt erstmal auch hier Level 50 und 100% dran zu schreiben und das erstmal wirklich auch zu pushen auf Level 50. Und damit habe ich meinen Titel Pokémon gemaxed. 3791. Mach mal hier drauf, hier seht ihr das nochmal. Zack, fürs Thumbnail, ohne nackte Frauen, einfach nur mit Genesekt. Warum der jetzt aber 9x5 heißt, weiß ich trotzdem nicht. Weil es ein Fünfer ist und ich 9 Raids gebraucht habe? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall normal gefangen am 5.5. Oder weil er am 5. gefangen wurde, der 9. Raider, mach ich. Habt ihr einen lustigen Namen für das Genesekt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Jetzt gehen wir hier raus, machen Gene wieder weg und gucken mal in die Kommentare, was ihr gesagt habt. Ich sehe hier zum Beispiel Lukas Wilke. Kannst du mal Raupe oder Safcon auf Level 50 pushen? Wenn mich nicht alles täuscht, müssten wir die Familie schon voll haben. Obwohl, so wie es aussieht, ist Safcon noch nicht voll. Smetbo ist auf 50. Doch Safcon ist auf 50. Raupi ist auch auf 50. Die Familie ist voll. Gehen wir mal zum Benjamin Engel. Dein Krypto-Giflor kannst du Säure-Matschbombe geben, dann schlage ich Galagaloppa zum Maxen vor. Groudon als Mai-Kanal-Maskottchen wäre cool. Benjamin Engel hat die Raidmania gewonnen. Aus dem letzten Monat hat Groudon als Kanal-Maskottchen vorgeschlagen. Deswegen seht ihr hier unter mir drunter, da ist das Groudon als Kanal-Maskottchen, was uns jetzt durch den Mai begleitet. Er ist der Galagaloppa. Da müssten wir dann die ganzen Galoppa, da müssten wir die ganzen Ponida-Galoppa-Versionen dann auch vollständig haben. Denn wir haben schon dieses normale Kando-Galoppa, wir haben das Kando-Ponida, wir haben... Nö, die fehlen doch beide. Da kenne ich jetzt wieder die schlauen Leute, die dann sagen, dann mach doch mal Galaponida. Schon habe ich da wieder einen Treffer. Wir nehmen also das Galoppa, pushen das von 13.36 auf 27.82, hauen hier auch die Tags wieder dran, Level 50 und hier 100% kommt auf 27.82. Und damit genauso viel wie das normale. Welches findet ihr schöner? Das rote Brennende oder hier dieses My Little Pony? Das ist für Mädchen, ich bleibe bei dem, bei dem feurig-scharfen Samyang, too spicy Galoppa. Benjamin war der erste, vier Vorschläge sind noch offen von der Community. Ich, ich sagt Anton. Anton, hat glaube ich Thomas damals schon mal gesagt, war auf jeden Fall sein Lieblings-Pokémon. Schauen wir mal bei Anton. Entoron ist fertig, Anton ist auch fertig. Weiter also. Vincent Weidler, Sessokids. Da bin ich mal gespannt. Da wüsste ich gerade nix. Sessokids. Was randaliert denn hier so? Ja, guck lieber mal nach. Sessokids ist ja das... Wir haben hier die großen. Level 50 gepusht. Kronjowild. 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 Nochmal Kronjowild. Aber wir wollen ja Sessokids. Wenn wir schon ein Kronjowild auf 50 haben mit 27.32. Ich denke mal, die sind eh alle auf dem gleichen Stand. Können wir mal gucken. 27.32. Ja. Kronjowild sind alle auf dem gleichen Level. Die könnte man aber trotzdem irgendwann auch mal pushen. Die verschiedenen Formen, weil die interessant aussehen. Würde ich jetzt einen Sessokids pushen. Welches nehmen wir? Dieses. Dieses. Oder dieses. Das heißt Gurke. Und weil das Gurke heißt, werde ich bei dem jetzt einfach die Power-Ups durchführen. So haben wir einen Sessokids auf Level 50 in 100% mit 1.283. Ist das grüne. Sieht schön aus. Ist jetzt dann auch für den Sommer. Das passt auch gut dazu. Gurke auf 50. Warum Gurke? Vielleicht, weil es grün ist. Wo das herkommt, das werdet ihr nie erfahren. Das hat einen ganz bestimmten Hintergrund. Da musste man nämlich einen Sessokids Gurke nennen und dann einschicken, um irgendwo was zu machen. Und ja, vielleicht kennt es ja der ein oder andere. Balou sagt Pikachu. Gurke war jetzt Nummer 2. Pikachu. Müsste doch. Also wer jetzt noch kein Reitschuh ist auf 50. Pikachu ist auf 50. Kein Pikachu. Geh weg mit Pikachu. Jochen sagt Nidoran. Weiblich. Nidoran. Ist irgendwas aus der Nidoran-Familie noch am Start? Wir haben Nido King auf 50. Wir haben Nido Queen auf 50. Wir haben Nidorino. Nix. Nidorina. Er sagt Nidoran. Weiblich. Also gehen wir auf das, denn das ist Nidoran weiblich. Und pushen Nidoran. Au, jetzt hätte ich es fast entwickelt. Pushen Nidoran weiblich auf 50. Ist der dritte Punkt von der Community. Machen wir jetzt auch hier den Tag dran. Level 50. So. Auf 922. Da ist noch ein bisschen was. Das könnte man also auch noch. Können da vorschlagen. Hahaha. Das könnte man vorschlagen. Das könnte man vorschlagen. Ja, egal. Kai Potsch. Krypto Blue Bella wäre mein Vorschlag. Woher weiß denn der das? Blue Bella. Also wir haben, wir haben ein Blue Bella auf 50. Wir haben ein Giflor auf 50. Normal. Aber auch in Krypto. Ich könnte dieses eine Mirapla, das ist nämlich auch ein Hunderter, zu Blue Bella entwickeln und hochziehen. Das wäre möglich. Aber wir gucken erstmal kurz in die Familie rein. Wir haben also Giflor auf 50. Haben wir Duflor auf 50? Nein, haben wir nicht. Mirapla ist auch nicht auf 50. Aber weil Blue Bella auf 50 ist und Duflor die Vorstufe, werde ich erstmal jetzt tricksen und schnell ein Duflor auf 50 ziehen, was genau auf 1900 kommt. Damit wir, wenn wir Endstufen schon haben, die Vorstufen noch haben. Damit wir die einzelnen Stufen haben und da jetzt auch den Level 50 Tag dran machen. Denn Krypto Blue Bella auf 50. Ich glaube, das wäre wieder ein Titel-Pokémon. Weil das muss man erst auch noch entwickeln und dann hochziehen und eine schwere Entscheidung treffen. Am liebsten würde ich es nämlich einfach als Mirapla behalten, weil es halt einfach so cool aussieht. Das war glaube ich jetzt der vierte. Eins, zwei, drei, vier. Ja, der vierte. Ein Vorschlag ist also noch übrig. Ich bin's. Hannes kann es vier. Ich überlasse die Auswahl jemand andern. Okay. Verdammt, wir sind gerade erst zur Tür reingewaren im Kino. Der Dantro wieder mal. Dann haben wir hier. Wie nu? Wie nu? Mon Beck? Mon Botogel? Hm, hm. Botogel weiß ich nicht. Haben wir Botogel? Schon gemaxed. Botogel ist gemaxed. Hier ist es mit Schleife. Hier ist es ohne Schleife. Also Botogel auch nicht. Philipp sagt, Raubi Smetpo wäre mal was Feines. Haben wir schon gemacht. Haben wir gezeigt. Feuerwehrfra. Bitte. Quabbel. 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 Wir haben Abokalyp gepusht. Wir haben nochmal Abokalyp. Aber halt das Blaue. Bevor wir jetzt hier anfangen. Ne, das haben wir ja auch schon. Also wir haben die beiden Rosanen schon fertig. Und könnten... Oh, guck mal, weil's so böse aussieht. Weil's so böse aussieht, braucht's ein paar Power-Ups. Sie hat Quabbel gesagt. Wir machen Quabbel. Wir nehmen das Männliche. Wir nehmen das Blaue. Wir nehmen das aggressive Böse. Wir machen hier auch einen Tag dran. So, 100%. Level 50. 1421. Und kommen damit genau auf das Gleiche wie dieses freundliche Weibliche. Das heißt, das ist auch übrig. Könnte man vorschlagen. Und das waren jetzt alle 5 Vorschläge aus der Community. Plus mein eigener Rest, der nicht dran war. Macht euch keinen Stress. Macht einfach neue Vorschläge. Shinaya hat wieder mal einen Scherzartikel rausgehauen. Ansonsten, ja. Wenn ihr nicht dran wart, egal. Dann schreibt eure Vorschläge wieder unter dieses Video. Wenn ihr dran wart und jetzt neue Vorschläge habt, schreibt es unter dieses Video. Ich bin mal gespannt. Morgen kommt Kabukime in die Raids. Habe ich noch kein 100er? Ist neu als Shiny da? Ich werde natürlich raiden, bis ich das Shiny kriege. Ob auf dem Weg ein 100er kommt, weiß ich nicht. Könnte es sein. Vielleicht können wir also nächsten Montag Kabukime maxen. Ist jetzt nicht mein Ziel. Mein Ziel ist das Shiny. Weil wir sollen ja eigentlich weniger raiden. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und guckt euch das an. Da läuft einfach ein Ignivor durch die Gegend und freut sich. Jetzt habe ich es noch. Aber Kulidita hat sich gemeldet. Ist Glücksfreund und hat auch ein Ignivor. Und möchte heute vielleicht noch mit mir den Glückstausch machen. Ignivor gegen Ignivor. Muss ich da nur mal gucken, wegen männlich-weiblich. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Wir sehen uns beim nächsten Mal.